Musik Hier bei uns in der Werkstatt, da hängen manche Dinge ganz schön weit oben. Und ich muss sagen, ich bin wirklich nicht klein, aber an viele Dinge komme ich einfach nicht ran. Und da ist es ganz praktisch, so einen kleinen Tritthocker zu haben. Und deswegen habe ich mir einen gebaut. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Mein Material habe ich mir jetzt hier schon mal auf die Hobelbank gelegt. Das ist eine dicke, fette Bohle Esche. Und ich freue mich sehr, dass ich die jetzt hier bekommen habe. Denn eigentlich hatte ich nur eine 30 Millimeter starke Bohle. Und da hätte ich jetzt das Holz verleimen müssen. Es hätte Zeit gekostet und wäre nicht so schön geworden. Und die hier stand bei uns vor der Tür und gehört eigentlich Wolfga. Aber ich habe mit ganz viel Charme und Sympathie ihn überreden können, dass er mir hier zwei Streifen von abgibt. Die ist nämlich 52 Millimeter stark und das passt perfekt für meine Zwecke. Jetzt muss ich mir aber erstmal eine Schiene nehmen und besäumen und meine Streifen abschneiden. Musik Als nächstes, ihr kennt das Spiel, für die Sitzfläche muss ich erstmal mein Holz verleimen. Während die Sitzfläche jetzt gerade noch verleimt, kümmern wir uns schon mal um die Füße. Und die sollen ja ein bisschen schräg sein. Und ich habe jetzt so ein bisschen Freischnauze mir hier so einen Winkel angezeichnet, den ich ganz hübsch fand. Und bin jetzt hier an der CupX. Denn die meisten wissen es vielleicht, aber an der CupX kann man natürlich nicht nur 45 und 90 Grad Schnitte machen. Ich habe hier jetzt nämlich meinen Anriss und kann mir einfach den Laser anmachen und einfach hier den Winkel einstellen. So, jetzt passt das. Jetzt stelle ich es mir einmal fest. Jetzt kann ich sogar sehen, mein Winkel ist ungefähr 12 Grad. Und jetzt kann ich direkt anfangen zu schneiden und habe die Einstellung für alle meine Schiene. Musik Ja, so ungefähr soll es später aussehen. Natürlich fehlt die Sitzfläche noch, aber ich fand es ganz cool, dass es jetzt schon so hält. Die Sitzfläche muss natürlich jetzt noch ein bisschen bearbeitet werden, aber wir können die zwingend lösen. Deswegen machen wir direkt hier weiter. Musik Passt perfekt. Meine Füße, die sollen ja gleich sozusagen in der Sitzfläche verschwinden. Und das müssen wir jetzt erst mal anreißen. Man könnte sich jetzt eine Schmiege nehmen, hier den Winkel abnehmen und dann hier anreißen. Ich mache es mir ein bisschen einfacher. Ich klemme mir einfach meine Platte hier rein, lege mir eine gerade Platte dahinter und der Sicherheit wegen spanne ich mir das auch fest. Und jetzt kann ich einfach hier ein Füßchen nehmen, direkt hier an die Schräge anhalten. Das passt. Und hier dann einfach mit einem Bleistift einen Strich ziehen. Um jetzt die Stärke von meinen Beinen anzuzeichnen, habe ich mir hier wieder unser wunderschönes MHM Streichmaß der Generation 3 genommen. Die haben wir übrigens in rosa und auch in schwarz. Wer rosa nicht so gern mag, aber eigentlich mag ja jeder rosa. Die haben sogar auch noch eine Feineinstellung und sind eigentlich super praktisch. Und hier dann auch noch ein Füßchen. Die Dübellöcher sind jetzt an den Beinen schon mal vorgebohrt, aber wir haben ja noch gar keine Dübel. Die sollen nämlich ein bisschen besonders werden, die sollen so ein kleiner Eyecatcher werden. Und deswegen habe ich hier jetzt schon mal ein bisschen Zwetschgenholz vorbereitet. Einfach schon mal auf Maß ein bisschen geschnitten und auf Überlänge. Und die werde ich mir jetzt ein bisschen anspitzen, sozusagen. So, ich sag's euch, wie es ist. Das macht nicht so viel Spaß, wie ich mir das vorgestellt habe. Denn, ja, das ist ein ganz schön langer Dübel und der muss einigermaßen gleichmäßig sein, um hier dann in die Löcher reingenagelt zu werden. Und, ja, ich glaube bei so Brettern, wie Dominik das mal gemacht hat, wo er wirklich nur einen Zentimeter mit diesen Dübeln, Nägeln in das Holz rein muss, ist das super und sieht auch ziemlich cool aus, aber ich gebe jetzt auf und habe mir eine Schachtel mit Zapfenbohrern geholt. Und den, den ich gleich brauche, den habe ich schon in die Ständerbohrmaschine gespannt und werde das jetzt mit der Ständerbohrmaschine machen. Ja, da merkt man wieder, Tischladen ist manchmal auch ein bisschen improvisieren. Ich hatte mir das so schön vorgestellt mit diesen Holznägeln und dem Hobel, aber ganz ehrlich, das hat einfach keinen Sinn ergeben. Und da bin ich ganz froh, dass ich die Zapfenbohrer hier in der Werkstatt gefunden habe, weil die waren da echt richtig, richtig hilfreich. Und ich fand es auch ziemlich cool, dass ich genau die Tiefe hinbekommen habe. Für alle, die die jetzt auch sehr interessant und cool finden, ich verlinke sie euch mal unten in der Beschreibung. Es gibt nämlich auch noch ein größeres Set. Die gehen sogar bis 30 Millimeter. Auch die verlinke ich mal unten. Die Sitzfläche kann ich mir leider nicht irgendwie unter die Ständerbohrmaschine spannen. Deswegen mache ich das von Hand. Ich habe hier meinen Forsterbohrer und natürlich nicht ganz freihand. Ich habe mir mein Bein hier schon mal draufgespannt. Das ist sozusagen meine Führung. Und da bohre ich jetzt mal ganz vorsichtig rein. Und kann jetzt einfach meine 15 Millimeter, die ich noch restlich für den Dübel brauche, reinbohren. So, jetzt nähern wir uns dem Ende. Jetzt wird nochmal geschliffen. Dann mache ich die Kanten nochmal ein bisschen schöner. Und dann gucken wir, ob das Ganze auch zusammenhält. Und dann machen wir die Kanten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt komme ich auch endlich mal an die Cookies und muss nicht immer in die Hobelbank sägen. Wenn ihr auch an die Cookies rankommen wollt, dann abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!